Runde 1 Runde 1 Runde 1 Runde 1 Runde 1 Applaus Applaus Und Bodenlage erneut. So, 5 zu 0. Der aktuelle Punktestand. Nach Kopf soll werden nun zwei Minuten. Jetzt wieder der Versuch eines Durchdrehers von Roth. Applaus Ja, erfolgreich abgewährt von Julian Reiki in den Stammkampf nach wie vor. Applaus Und noch ein Vierer, kurz vor der Pause. Die 19. Führung jetzt für Mui Moseni. Ja, 19.000. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige gegen Rot. Der erste Punkt für Julian Laikin. Auch er entscheidet sich für die angeordnete Bodenlage. Die ganze 2 Minuten 10 vor dem Ende. Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige. Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige. Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige. Okay, letzte Minute. Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige. 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 Ja, jetzt ist die Passivitätsanzeige.